Nein, 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 nein. Ich muss sagen, ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Apokalypse mit dem Tim und dem Stefan. Oh Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Apokalypse. Und wir spielen eine Minecraft Adventure Map. Einfach... Oh, lol. Du hast mich schon teleportiert. Wir haben die Regel nicht vorgelesen. Stopp, 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 Stefan, lies die Regeln vor. Stefan, lies mal die Regeln vor. Stefan, lies die Regeln vor. Und den Erfinder. Und den Creator. Mach jetzt. Ja komm, Stefan. Gassler. You must read. Don't cheat. Play on peace. Äh, peace for me. Die will das auch so geil vorlesen wie du vor. Play in Game with 2. Have fun. Ähm, you too. Von der Nougatstücke davon. Von Curious Creeper. Und von MC Tropics. Let's go. Let's go. Wollt ihr mich vielleicht auch mal zu euch holen? Hä, mach doch selber. Drück einfach auf den Button. Ich hab keine Rechte dazu. Ui, da ist er. Nein, oder? Als ob. Ja, ich werde dann hier. Mit Rechtsklick drücken. Oh, ich bin richtig der Krasse. Ja gut, ich bleib mal hier am Spawn. Mach doch jetzt mal hier. Ja, alles klar. Ich bin ein Profi. Machen wir mit schon? Ja, also ich. Ja, also wir können da gerne rumschulen, aber... Hey, nicht wenn man die Ding schon fertig hat. Ja, wirklich. Stefan, jetzt komm doch mal. Ja. Mit Rechtsklick, Stefan. Oh, das klappt nicht. TP den schon zu dir. Ja, TP den einfach schnell zu dir. Ja, TP den einfach schnell zu dir. Ich hab keine Rechte auf den Sohn. Warte mal kurz. Zur Information, ey, ich hab auch keinen Death-Counter. Ja, okay. Ja, richtig. Jetzt stell dich mal nach vorne. Ja, weil wir noch nicht gestorben sind. Nicht klick. Und ich hab's auch nicht vor. Ich werd die... Jetzt auch schon hier reinkommen. Oh, jetzt hast du ja mich runtergeschmissen hier. Oh, ich bin runtergeschmissen. Das ist so geil. Das ist so geil. Ups. Oh, jetzt bin ich runtergefallen unnötig. Obwohl ich's nicht hätte müssen. Hä, bei mir hängt da alles Hilfe. Nein! Lol. Ja. Ganz großer Spawn. Ganz große Klasse. Hä? Ganz große Klasse. Ja, ganz große Klasse. Bei mir hängt... Mach mich mal in Game Mode 1. Ich fall die ganze Zeit runter. Bei mir hängt alles, Alter. Hallo? Leute? Ja. Ja. Was ist das denn für ein Spawn? Was haben wir denn da für ne Scheiß Ding? Ey, das Spawnsch bei mir gar nicht. Leather Parkour. Whiii. Tim, gib mir mal Rechte kurz. Ich spawn in der Luft. Ich spawn in der Luft. Ich spawn in der Luft. Was glaubst du, wieso ich die ganze Zeit runterfall? Oje, wir sind schon da runtergekommen. Tim, gib mir mal schnell Game Mode. Ja, T. Tim. Irgendwie ist das so nicht ganz so gut. Habe ich dich jetzt hier geoppt? Oha, er speichert mein Ding einfach nicht. Oh, ich komm nicht an die Geile. Warte, ich weiß ihn nicht. Ob die Geile. 3-Nier ist das nicht. Ach, da ist ich das Abstand einzeln. Ja, weil ich die ganze Zeit runterfall. Stefan. Ich hab. Oh, die Blumenbläsen gehen mir so auf die Nerven. Ich hab, ich hab, ich hab, ich komm. Heiligsblech. Also, 7 von meinen 8 Tonnen kann man mir abziehen. Oh, ich bin runtergefallen. Ja, jetzt spawnst du wahrscheinlich auch in der Luft, oder? Nein, ich spawn in der Luft. Ich spawn in Tim. Aber wir waren im Game Mode 2, gell? So. Weiter kommen. Ich hasse Leitern. Stefan, geh weg. Die sind noch easier. Ja, die Leitern sind noch... Springe sind auf jeden Fall machbar. Na, du wolltest mich runter und du... Hä, wolltest du nicht? Nein, wolltest du nicht. Ich warte hier nur auf euch. Wie auf, wie drauf steckt. Nein. Alter! Junge! Seid verurscht. Ja, verdient! Verdient! Oh, nein. Oh, man. Ich seh schon, als ob du zu Tode trollen und auflegen willst. Alter, Mann. Oh, nein! Jetzt komm ich nicht weiter. Nein! Das hat mir noch nichts getan. Oh, Mann. Weißt du, trotzdem kann man sieben von meinen Toden abziehen. Oh, Tim. Ja, wenn du so langsam bist. Oh, nein. Ich springe nicht mehr. Die Tastatur ist schuld. Ah, der springt nicht. Okay, nee. Ich kann kein Jump im Land, Leute. Ich muss mit dem. Ich bin doch kein Prof. Ich bin ein Noob. Komm, Stefan. Gib Gas. Dir nichts. Gas nah! Der Death-Counter wird nur von mir gefüllt. Ja, ich bin fertig. Ja, du musst halt kurz warten. Ich schau euch zu. Ja, ich rutsche eine Leiter runter anstatt hoch. Ein starkes Spiel. Oh, Stefan. Jetzt probiere ich mich zu konzentrieren. Der haut mich runter, Mann. Oh, Gott. Ich sehe schon, dass wir uns zu Tode träumen werden. Nein! Oh, Stefan. Du bist so schnell. Oh, Gott, nein. Ich habe ja selten ja so schlechtes wie dich gesehen, Stefan. Oh, Gott, nein. Ehe, ganz stark. Oh, Leute, machen wir so, wenn zwei geschafft haben, hat der andere noch fünf Versuche. Und sonst kriegt er Punkte, der die meisten ... Oh, rüber die Platttform. ... der, am Ende die meisten Punkte muss irgendeine Bestraft machen. Oh-ha. kann man irgendwie die Textbefehle abstellen frage ich mich grad äh ich weiß nicht ich werde gleich nämlich an den auch Stefan kann man nicht damit aufhören ich mach einfach meinen Chat kurz aus ja mach ich glaube ich auch kurz und wie machen wir das noch mal auf Chat-Settings und dann Chat-Hidden es ist so ein fucking Vierersprung oh ja aber mit Leiter ist er ja easy ja nein ist er nicht ja doch ich kann ihn nicht jetzt muss ich mir David schlagen Leiter ist er ja echt easy ach David ist hinter mir warte Outplay und weg und weg und weg und weg ja egal haben Vierersprung gescheitert er und weg nein was wird das jetzt Tim was was ich weiß leu wo bin ich denn jetzt gespawnt was der fuck ich veruntert mach mich so ein bisschen zu drücken alter trollt er mich zu Tode Junge oh nein Stefan schüss David oh Gott ich hab 21 Tode alter sieben davon sind Stefan ich kann nur David aufhalten selber springen geht nicht nein nein ich wollte dich wieder treuern jetzt Stefan schnell alter Stefan jetzt rüber da komm rüber ich sag's na oh Gott jetzt und jetzt auf den komm den schaffst du Stefan den hast du und shift jawoll und jetzt da rüber und jetzt stopp jetzt an aufnehmen und dann sofort shift drücken drücken ja danke du bist zu früh losgesprungen du musst das shift drücken für den Sprung so es geht nicht Stefan ich kann nicht springen aber halt erst am Ende nicht am Anfang easy lighter jump was lass'n du jetzt da alter Stefan der geht ohne shift nicht guck mal das steht hier sogar auf dem Schild da steht hold sneak key oh shit jetzt damit hauen Gang rein komm ja ok jetzt hab ich verkrackt mach ihn mach ihn ja mach ihn auch noch jetzt jetzt oh David bei mir geht doppel bei mir geht doppel leert hast du nicht hab ich so das Gefühl wieso doppelt leertaste ja halt von einem Block von anderen ist leertaste schuld lächerlich wo ist Stefan da ist Stefan oh Gott ja die Tastatur ist immer schuld Tim du musst es wissen ok nein 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 what the fuck ich hatte spawn protection ja weg alter du wichser oh man oh man das war's mir wert ok ok Stefan Frieden für die challenge ja dann pack ich's auch nicht ok Frieden ok Heiei da komm ich nicht ran man die letzte hause ging nicht hast geschafft nein mein letzte hause ging nicht kann man die oh du stehst du hier dringend Leute seid ihr so als ob ihr so unfähig seid Doch alter Wir sind ja auch nicht die Rona des Servers Ist echt so Ja jetzt ist die Rona des Servers wieder schuld Wir geben uns nicht die Emotionen Du machst es jetzt komm Los David tu es Jawohl und nochmal den gleichen Oh Zu früh losgesprungen Egal bis dahin läuft schon mal Ja ja doch Stefan Alter Stefan ich hab das Gefühl Tim und uns zernichten Ja eigentlich schon Zernichten Ja ich heige an der Leiter Willst du mich verarschen Ja äh das Counter gar nicht OP oder so Sehr schade David Oh ich hab dran ja hab ich Aber ein bisschen zu spät glaube ich Ja Ui Das muss man auf Telefon Entschuldigung Haha Mein Typ ist nicht gesprungen Das ist dieses Leute tut mir leid für diese Nubigkeit ja Zehn Minuten hängen wir an den ersten zwei Challenges Alter Aber ich Oh mein Gott Ich glaube das wird Du bist nicht der einzigste Ich glaube das wird ein paar Mal öfters hier passieren Weil wir Das erste Mal seit einem Jahr oder so Wieder Minecraft spielen Und richtig Bock auf Jump'n'Run haben Ja Ich hab jetzt schon Keinen Bock Also ich hab noch Ich hab immer noch Bock Immer noch richtig Bock Easy 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 Ich find Leitersprung jetzt so hässlich Komm schon Komm schon Komm schon Ja Hast du es Ja Komm Komm Nein Warum hast du Sprungen Warum hast du Sprungen Oh jetzt hab ich ein bisschen Übersteuert Tut mir leid Wie machst du denn ein Vierersprung Ja Nein Stefan Oh Glitsch doch nicht so an deine Leiter Nein Oh okay Willst du mich runterschlagen oder was Nein will ich nicht Aber ich will es schaffen Ja an dem Sprung hab ich gefällt Obwohl der übel einfach ist Nein Er fängt auf Was the fuck Ich glaube Tim fühlt sich gemobbt Meine Leiter stimmen heute nicht Hatte du das Problem da auch Ja Die Leiter hast du denn bei mir öfters nicht Hab ich so das Gefühl Man fühlt sich glaube ich richtig gemobbt Alter Ich spring zu früh ab Ich weiß nicht wann ich abspringen muss Du schaffst es jetzt wahrscheinlich Alter ich hang an der Leite aber Er greift manchmal nicht Ja Hast du es Oh Oh Leute Das Noch fünf Versuche ab jetzt Mir bewusst Ganz stark gemacht hier wirklich Die Leiter Ja hier versuche Ja hier versuche ich auch langsam kein Bock mehr Was ist denn das Irgendwann noch ein Spiel geht doch die Leiter statt Hier sind sie Stefan Wir Drei Versuche Wird er den ersten Punkt bekommen Und vielleicht am Ende Dieser Map die erste Strafe machen Wir können nochmal kurz erklären Wir haben immer eine halbe Stunde Aufnahmesession Ich mache jetzt die erste Und die zweite macht dann zum Beispiel Der Tim und du wechseln uns Je nach Ich versuche habe ich noch zwei Immer pro Aufnahmesession ab Genau du hast noch zwei Nur dass ihr euch nicht wundert Dass ihr Jede Zwei Folgen Wie verarscht mich Ich hasse Leiter Heißt so viel Dien Wenn ihr den Skill sehen wollt Schaltet nur bei meine Folgen ein Das ist dein letzter Versuch Stefan Du kriegst einen Punkt Wir müssen das nicht aufschreiben Ja David schreibt Was will ich schreib Ja ich schreib Passt ich hab hier gerade ein Zettelchen Ja gut Ist vorbei Ja fliegt sonst Ja ich bin drei mal An der gleichen Stelle Ja geil Doppelpunkt Ich habe keine Rechte Können mich rüber teleportieren Wie heißen du? Ja irgendwas Wie heißen du? Falle ich jetzt runter Guck doch ja beim Deathcounter Ach stimmt ja So Ich muss auf die Ja Komm weiter Wenn die andere draufsteht Klappt es nicht Ja ich muss noch kurz Mein Gärme rausmachen Dann geht doch auf die Platte Dann geht ja nicht Die ist gedrückt wegen David So geht's weiter Weiter Ja Follow the line Oh das ist nicht wahr Oh Gott Ja okay Tim hatte den gleichen Gedanken Stefan geh ja weg Seid ihr noch am Aufnehmen? Ja sind wir Wir sind im Aufnahmechannel Okay Entschuldigung Tim wie saß die Dier Schuhe an? Hä? Die sollten wir doch raus Mal auf der Kiste am Anfang Ja ich konnte die Kiste am Anfang nicht öffnen Dann mach ich die weg Ich glitsch da vorbei Oh du wickst da Nein 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 Ich mach dich weg Junge Ja Ja Ich hab's geschafft Ich bin so hart eingehorschtet Hilfe Ich brauche Hilfe Ich klem auch in der Druckplatte jetzt Wie du klemmst in der Druckplatte Oh no Ja wie du vorhin Das ist also ein Schluchtbag Wollt ihr mich verarschen Machen kommen Leitern Dinger Kommt kurz zu Feuer David Aber sowas kommt hier Wollt ihr mich verarschen? Ach Tim Fünf Versuche David Was? Wieso kommt sowas hier Und am Anfang Leitern? Ja Leitern sind eigentlich auch easy gewesen Watch Oh nein Ja alles klar Nein Alles klar Die Sachen kann ich gar nicht Ich sag euch schon mal Die waren noch Niemals Äh hallo Wieso hat er mein Spawn nicht gesetzt? Vielleicht weil du nicht auf die Druckplatte gekommen bist Ah fuck Natürlich Sonst wäre ich ja noch nicht hingekommen Nein Nicht ganz so leicht wie es aussieht Ja du musst einfach immer Ich push dich Ja danke Oh man das war zu früh Ey was hat denn das jetzt? Aber am Anfang hat es geklappt mit pushen Ja ich habe keinen Bock mehr dich zu pushen Ich habe es geschafft Ja hat er mal auf Ja Stefan zum Versuche Ja Ja von dir aus muss ich nicht mit Gamer zugucken Ne muss ich auch nicht machen Trinke mal noch ein Stückchen Oder wie macht ihr das? Da musst du direkt doppelt Oh ich bin rumgeklappt Da musst du direkt doppelt Stefan ein Tipp der mir gerade geholfen hat Was? Dauerhaft Also durchsprint nicht anhalten Ja richtig Durchsprint nicht geholfen Also ich habe angehalten Aber es ging trotzdem Und Tim hat 10 Tode Ich habe 42 Okay wenn man es so sieht 35 Und da scheinen Hä? What the fuck? Tim? Wieso machst du nicht runter? Hey du bist doch eh auf Platz Wie viel darf ich denn noch? Ja trotzdem Kein Sinn Ja Tilda Ey ich glitch da immer rum an der Stelle Stefan du hast noch einen Versuch glaube ich Ja habe ich auch noch Ich habe keinen Bock mehr Back aus dem Projekt Ja Komm Stefan weine ich Wie später kommt was was du besser kannst als wir Oh Stefan das wird gut Mach mich nicht nur Oh noch zwei Noch zwei Stefan Oh noch zwei Stefan Oh noch ein Noch eine letzte Stefan weißt du jetzt Den machst du kommst du Letzte Ja Der letzte Komm 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 Den schaffst du Den schaffst du Das ist ja keine Entdeckung Komm den schaffst du Stefan Komm der normale Ui Jawohl Oh Minimays los geht's Ey hallo Stop Stefan du musst auch dein Sponport gescheit setzen Ja habe ich doch Der hat gerade mich gesetzt Guck immer mit Chat was da steht bitte Minimays Minimays Ja ich glaube schon Minimays 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 Ah, ich glaube, da wird er drin. Hey, das bringt nichts. Lauf deinen eigenen Weg. Hey, hier ist nichts. Lass mich umdrehen. Mach dir gut. Ah, ja, easy. Easy. Was ist was für Swim? Hey, wir müssen auch einfach drüber gehen, oder? Ja, passt, Stefan. Hey, oder mussten wir da jetzt schwimmen? Ja, wenn da steht Schwimmland, schwimmen wir, oder? Würde ich sagen. Ja. Dann mach mal auf die Läden. Ja! Nein, Tim. Was ist denn das hier für die Tür? Nein! Oh Gott, war das scheiße. Ich war so unter Druck. Ja. Ja, kommt, Tim. Ich sehe das nicht, was im Chip geschrieben wird. Oh, hey! Fuck! Warte, ich brauch noch den Ding und geh mal da weg kurz. Geh mal weg, da, ich brauch kurz den Ding. Oh, ich brauch noch. Okay, ab. Nice. Okay, Tim, das ist deine Aufgabe. Nein! Oh Gott! Warte mal, ich muss über... Warte mal, warte mal, warte mal. Also, jetzt stopp, 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 stopp. Ich brauch hier kurz nix da. Jetzt geh mal da mit deinem Namensschild raus. Achtung, 18, 16. Okay, das ist halt alles hinten. Sechstes ist scheiße. Ah! Mann! Was sind 98 und 98? 100... Ah, ne. 98 und 68 sind. 70... Frieden? Hör mal auf! Jetzt, wenn ich hier rechne. Bist du ein Wichser. Ja. Warte, nur rüber. Warte, ich berechne ihn noch. Warum haust du mich dann? Warte... Du wolltest mich hören. Chill, chill! Chill! Alter! Du hast keine Chance! Alter, wieso? War dich zu krass? Was ist das? Hä, was macht das jetzt, Tim? Ja, müsst ihr rechnen. Oh nein! Das ist unten links. Kann ich nicht meine mög... Was unten links? Nein, Stefan, nicht unten links. Danke! Just walk! Oh nein! Du hast deinen Spotfighter nicht gesetzt. Oh no. Ja, na klar hab ich den nicht gesetzt. Oh no. Oh, voll stressig. Ich dachte, just walk! Wie schlimm bist du denn? Es scheint doch just walk! Ich bin einfach gelaufen! Warte, Stefan, ich hält dich. Oh! Ey, du musst hier drin springen! Das lang geht schneller! Ja! Was? Ach, Tim, halt dein Maul! Doch ohne Witz! Ja, komm! Au, Arsch! David! Chill! Ach ja, geil! Warte, wir sind im Sprintnetz! Lass hier chillen! Lass hier Frieden machen! Ja! Oh, so stressig! Wieso bist du schneller als ich? Weil ich Sprinte... So. Sagt euch Deutsch nicht mal durch! Beeil dich mal hier jetzt! Ich busche ich ihn ja einfach! Alter Asi! Ja, ist okay, Stefan! Du musst mich nicht weiter pushen! Ich will dich aber überholen! Junge! Du Wixer! Nein! Du Wixer! Du Wixer! Ich bin gleich tot, Alter! Du klopfst nicht zu Tode, Alter! Ja! Ok, das war's! Boah! Da! Ich will dich nur durchprügeln! Oh, fertig! Geschafft! Stefan will mich tot sehen, Alter! Nein! Du Wixer! Du bist nur ein Wixer! Das ist so unnötig! Das ist einfach so unnötig! Das war noch die Raffe von Anfang! Dass du das einfach gemacht hast und ich nicht! Das ist so unnötig! Als ob da noch so'n Sprung kommt! Hoffentlich verkalkst du den, Alter! Ist da was über mir? Ja! Hast du ihn verkackt? Das beeil dich mal damit! Ja, halt dein Maul, Stefan! Weiß wir warten hier schon so ewig lang! Ja, hast schon Bart, oder? Ja! Deine Mama wartet auch schon auf dich! Nee! Okay! Naja, du bist ja mit 58 verdienten Toten! Also, ich kann nicht mitmachen, gell, beim Projekt! Nein! Hast du keinen Partner gefunden! Kannst du nicht irgendwo jemanden nachschreiben, der Minecraft spielt? Ne! Tony will ja mit jemand anders! Wir können los, Tim! Oh! Spawnfick! Wir haben dich gewinnen. Ja. Ach Stefan! Du bist so ein unnötiger, Alter. Leute, wir müssen das Schwein herüberschieben. Alter, ja, Teamarbeit. Jetzt schieb doch einfach das Schwein herüber. Alter. Oh, ich bin runtergefallen. Was ist? Ah ne, ich bin nur falsch rumgespawnt. Ja, das ist jetzt echt gut eine Teamarbeit. Ja, Teamarbeit jetzt. Nimm mal das Schwein mit. Ja, ist los! Das macht von selber. Oh, ich bin runtergefallen. Was, ein krasses Schwein. Bin trotzdem runtergefallen. Schwein, geh runter! Geh runter! Macht nichts aus, wenn es runter geht, glaube ich. Oh, David! Geh mal weg von der Plattform. Bin ich schon. Gesaved. Ja. Nice. Danke!